Am heutigen Tage wurde der Nobelpreis Medizin für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus verliehen. Der diesjährige Nobelpreis geht an drei Forscher, die an der Entdeckung des Hepatitis C-Virus beteiligt waren. Der amerikanische Anthropologe Harvey Alter hatte in den 70er Jahren die Existenz einer übertragbaren Non-A, Non-B Hepatitis belegt. Der britische Biochemiker Michael Horton konnte 1989 die Gene des auslörenden Virus identifizieren, was zur Entwicklung eines ersten Screening-Tests für Blutspenden führte. Dem US-Virologen Charles Rice gelang es schließlich 1997 experimentell nachzuweisen, dass das Virus für die Erkrankung verantwortlich ist. Nach Ansicht des Nobelpreiskomitees haben die drei Forscher entscheidende Beiträge zur Bekämpfung der durch Blut übertragenen Hepatitis geleistet, die weiterhin ein globales Gesundheitsproblem ist, obwohl eine Hepatitis C mittlerweile durch Medikamente kuriert werden kann. In den 40er Jahren wurde erkannt, dass es zwei Haupttypen der infektiösen Hepatitis gibt. Die erste Hepatitis A genannt wird durch kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel übertragen. Es kommt in der Regel nur zu einer vorübergehenden Gelbsucht der akuten Hepatitis, von der sich die meisten Patienten komplett erholen. Der zweite Typ wird durch Blut und Körperflüssigkeiten übertragen. Er geht mit einer chronischen Hepatitis einher, die nach vielen Jahren zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen kann. Weltweit sterben jedes Jahr mehr als eine Million Menschen an einer infektiösen Hepatitis, die damit eine ähnliche Bedeutung für die globale Gesundheit hat wie HIV oder Tuberkulose. Die Erreger der infektiösen Hepatitis blieben lange unbekannt. Erst 1964 entdeckte der US-amerikanische Anthropologe und Biochemiker Barish Bloomberg eher zufällig, er war auf der Suche nach genetischen Unterschieden zwischen verschiedenen Ethnien im Blut eines australischen Aborigines, das Australia-Antigen. Die versehentliche Infektion seiner Assistentin belegte, dass das Protein, das heute als HBS-AG bezeichnet wird, Teil eines Krankheitserregers sein musste, der dann als Hepatitis B-Virus bezeichnet wurde. Bloomberg erhielt 1976 für seine Entdeckung den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Während dieser Zeit untersuchte Harvey Alter von den US National Institute of Health in Bethesda die Ursache von Hepatitis B-Erkrankungen bei Patienten, die Bluttransfusionen erhalten hatten. Alter konnte nachweisen, dass es trotz des Ausschlusses von Blutspenden, die HBS-Antigen enthielten, weiterhin zu Hepatitis-Fällen kamen und zwar in einer Inzidenz von 3,7 auf 1.000 übertragene Einheiten. In einer weiteren Studie im New England Journal konnte Alter nachweisen, dass die Erkrankungen nicht durch das Hepatitis A-Virus ausgelöst wurden, für das es mittlerweile einen Nachweistest gab. Die Untersuchung einer Serie von transfusionsbedingten Infektionen bei herzchirurgischen Patienten führte dann zur Bezeichnung von Non-A, Non-B-Hepatitis. Drei Jahre später konnte Alter die Erkrankung durch das Blut von Patienten mit chronischer Non-A, Non-B-Hepatitis auf Schimpansen übertragen, der, wie man heute weiß, einzigen Spezies neben der Menschen, die an Hepatitis C erkrankt. Bis das Virus identifiziert werden konnte, verging mehr als ein Jahrzehnt, in dem Bluttransfusionen mit der Gefahr einer Non-A, Non-B-Hepatitis verbunden blieben, auch wenn das Risiko durch ein Screening der Spender auf erhöhte Leberwerte erfolgreich gesenkt werden konnte. Der Nachweis des Virus gelangt schließlich einem Team um den zweiten Preisläger Michael Horton, der damals für das Pharmaunternehmen Chiron arbeitete, mit einer aufwendigen und unkonventionellen Methode. Die Forscher stellten aus den Nukleinsäuren, die sie im Blut eines infizierten Schimpansen gefunden hatten, eine sogenannte CDNA-Bibliothek zusammen. Sie besteht aus einer Vielzahl von DNA-Fragmenten, die einzeln in Bakteriofagen kloniert und exprimiert werden. Es entstehen dabei Proteine, die sich auf ein bestimmtes Gen zurückführen lassen. Unter der Annahme, dass Patienten mit Non-A, Non-B-Hepatitis Antikörper gegen die Virenproteine bilden, wurde das Blut eines Infizierten gescreent. Dabei wurde tatsächlich ein Antigen des unbekannten Virus gefunden. Damit war der Weg frei zur Entwicklung eines Antikörper-Tests, der sogleich erfolgreich an Patienten aus Japan, Italien und den USA getestet wurde. Dieser Test hat in den Folgejahren wesentlich zur Sicherheit von Bluttransfusionen beigetragen. Den dritten Preistegger Charles Rice von der Washington University in St. Louis ist dann acht Jahre später der abschließende Beweis gelungen, dass das Virus tatsächlich in der Lage ist, eine Hepatitis zu verursachen. Der Forscher stellte im Labor einen genetischen Klon des Virus her und injizierte ihn in die Leber eines gesunden Schimpansen. Das Tier erkrankte daraufhin an einer Hepatitis C, was beweist, dass das Virus tatsächlich der Erreger der Erkrankung ist. Hier nochmals die drei Nobelpreisträger H.W. Olter, Michael Horton und Charles Rice. Herzlichen Glückwunsch! Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie im Mitteil des Nobelpreiskomitees. Herzlichen Glückwunsch!